Ich bin Emmanuelle Lambert-Wagner und bin Französin seit 17 Jahren in Heidelberg. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Webdesign, also Konzeption und auch Layout, aber auch Organisation und Koordination von größeren Webprojekten. Was mich interessiert, ist dieser multimediale Aspekt des Internets. Man kann auch mit Film, Audio, Fotos, Texten schöne Projekte zusammenbauen, die auch dann interaktiv online zu besuchen sind. Zum Beispiel WebDoc. Ich habe auch so eine WebDoc vor zwei Jahren initiiert und mitgestaltet. Das heißt Marco Polo Reloaded. Ich bin jetzt in die alte Feuerwehr eingezogen, um mich mit kreativen Menschen auszutauschen. Und ich wünsche mir auch, mehrere Projekte in diesem Sinn zu entwickeln. Also ich habe mich die letzten Jahre spezialisiert in eine kleinere Website für lokale Kunden. Und ich will dann versuchen, mehr und mehr von solchen Projekten zu entwickeln. Und ich will dann auch, mehrere Projekte zusammenbauen. Ich will dann auch noch ein paar Stunden, drei Stunden, drei Stunden. Und ich will dann auch, ob wir das wiederholfen haben,